Hallo, schönen guten Tag, Paul Ochsenhofer vor der Linse von Remax Prime in Ottokring. Hier hinter mir haben wir eine Eigentumswohnung zu verkaufen, vier Zimmer plus kleinen Garten, also zwei kleine Gärtchen dabei, eine Lodger, direkt hier am Waldrand, ganz oben am Wilhelm Mienenberg in der Stachandgasse Nummer 17. Die Wohnung hat vier Zimmer, ist echt eine coole Sache, perfekt für Familien oder Paare, direkt am Waldrand, wie gesagt. Wenn ich kurz leise bin, dann hört sie auch die Vögel zwitschern. Ich weiß nicht, ob man es hört. Es ist auf jeden Fall komplett still hier, hoch oben über Wien. Wir haben hier ein Open House in zwei Wochen. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja, und im Anschluss an diese kleine Ansprache seht ihr jetzt noch ein paar Videos. Also, bis bald, euer Paul Ochsenhofer von Remax. Ciao! Musik 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 Musik